Die Menschen suchen ja das Leichte, weil sie das Schwere nicht sehen wollen. Darum gibt es diese Leichtigkeit. Without the help of architects or engineers, Kiefer and his assistants have turned this 200-acre site into one of the most dazzling, jaw-dropping works of art in the world. Here he expanded into sculpture and installation. He began to create a world for himself. The German nation has trouble dealing with an artist who wants to grapple with the past of Germany. Die ganze Gesellschaft hat damals geschwiegen, sind alle am Verstehen des Unvorstellbaren gescheitert. Also ich habe jedem eigentlich einen Spiegel vor das Gesicht gehalten. Der größte Mythos ist der Mensch selbst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der größte Mythos ist der Mensch, die sich in der Nähe des ZDF für funk. Der größte Mythos ist der Mensch. Untertitelung des ZDF, 2020